Die Schulterübung vorgebeugtes Seitheben mit dem Kurzhantel. Auch hier ganz klar häufigster Fehler, zu schnelle Bewegungsgeschwindigkeit, die Time and Attention nicht eingehalten, dazu den Rücken nicht gerade gehalten, viel zu viel Körperschwung und somit am Zielmuskel vorbei trainiert. Die korrekte Bewegungsausführung für vorgebeugtes Seitheben, Rücken schön gerade, Brustwirbelsäule aufrichten, Kopf in der Verlängerung der Halswirbelsäule und kurz anhalten, in die konzentrische Phase und beim nach oben gehen ausatmen.